Die IORT ist eine Form der Brachytherapie, der Strahlentherapie, wo man direkt das Tumorbett, das Tumorgebiet noch in der oder während der Operation bestrahlt. Der Vorteil ist, dass man normales Gewebe sehr gut schonen kann, nämlich an die Seite platzieren kann, sodass man quasi auch freien Zugang zu dem Tumorgebiet hat. Das ist eine Form der Brachytherapie.